Guten Tag, meine Damen und Herren, willkommen bei Tagesschau 24. Überschattet vom Ukraine-Konflikt ist Bundesaußenministerin Baerbock zum Antrittsbesuch in Russland eingetroffen. Bei einem Treffen mit dem russischen Außenminister Lavrov soll es unter anderem darum gehen, wie die Krise entschärft werden könnte. Hintergrund ist der Aufmarsch russischer Truppen an der ukrainischen Grenze. Hier Bilder einer Übung in der Region Rostov. Im Westen hat das Befürchtungen ausgelöst. Moskau plane einen Angriff auf das Nachbarland. Die deutsche Haltung ist ja keine Waffe an die Ukraine zu liefern. Und es gibt auch Stimmen in der Regierung, die Gaspipeline Nord Stream 2 nicht als politisches Druckmittel zu nutzen. Ob das die Verhandlungsposition mit Russland schwächt, hat mein Kollege Michael Strempel, den SPD-Außenpolitiker Michael Roth, gefragt. Es ist ja durchaus erfreulich. Die Zahl der Firmenpleiten ist im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen. Ganz anders sieht das aber im privaten Sektor aus. Im Vorjahresvergleich haben die Verbraucherinsolvenzen laut der Auskunft Teil Kreditreform um mehr als 80 Prozent zugenommen. Finanzexperten gehen davon aus, dass dieser Trend auch noch anhalten wird. Grund dafür sei die Reform des Insolvenzrechts, das eine Verkürzung der Restschuldbefreiung beinhaltet. Für die Betroffenen ist das oft die Chance für einen Neuanfang. Schauen wir an die Börse. Heute treiben die Anleger vor allem Sorgen um steigende Preise bei Nahrungsmitteln und Rohstoffen wie Öl um. So ist der DAX eher verhalten mit Verlusten in den Tag gestartet. Zu den Gründen jetzt Klaus Rainer-Jakisch an der Frankfurter Börse. Es ist die bisher wohl schwierigste Reise der neuen Bundesaußenministerin. Annalena Baerbocks Antrittsbesuch in Moskau wird überschattet vom Ukraine-Konflikt. Das Treffen mit dem russischen Außenminister Lavrov startete mit dem Austausch diplomatischer Höflichkeiten. Doch die beiden kommen in einer Zeit großer Spannungen zusammen. Wegen eines russischen Truppenaufmarschs befürchtet der Westen, dass Moskau einen Angriff auf die Ukraine vorbereitet. Baerbock sagte, sie freue sich auf einen offenen und ehrlichen Austausch. Sie ist die dritte Frau an der Spitze des EU-Parlaments und die bisher jüngste Person in diesem prestigeträchtigen Amt. Die 43-jährige Roberta Mezzola. Die Abgeordneten wählten die konservative Politikerin aus Malta mit großer Mehrheit zur Parlamentspräsidentin. Sie hatte das Amt seit dem Tod von Vorgänger David Sassoli bereits geschäftsführend inne. Mezzola sitzt seit 2013 für die EVP-Fraktion im EU-Parlament. Sassolis reguläre Amtszeit wäre diesen Monat ohnehin zu Ende gewesen. Vor der Überlastung des Gesundheitssystems wird immer wieder gewarnt wegen der stark steigenden Zahl Corona-Infizierter durch die Omikron-Welle. Die Gesundheitsministerinnen und Minister der Länder wollen verhindern, dass die Hausarztpraxen in dieser Lage von Patienten überrollt werden. Deshalb der Appell gestern Abend. Der Bund solle die Regelungen für telefonische Krankschreibungen bei Atemwegserkrankungen verlängern. Und auch digitale Sprechstunden müssten wieder möglich sein. Und hier die Zahlen zur Infektionslage. 74.405 neue Corona-Fälle hat das Robert-Koch-Institut binnen 24 Stunden erfasst. Rund 28.700 mehr als noch vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz steigt bundesweit auf 553,2. Das ist ein neuer Höchstwert. Das angespannte gesellschaftliche Klima in der Corona-Pandemie schlägt sich offenbar auch in der Statistik des Bundeskriminalamts nieder. Im vergangenen Jahr verzeichnete das BKA so viele politisch motivierte Straftaten wie seit 20 Jahren nicht mehr. Die Zahl stieg auf mehr als 47.000. Ein wachsender Anteil lässt sich weder dem linken noch dem rechten politischen Spektrum zuordnen. Gesunken ist die Zahl der politisch motivierten Gewaltdelikte. Ausgelaugte Böden, Insektensterben und schädliches Nitrat im Trinkwasser. Dass es so mit der konventionellen Landwirtschaft nicht weitergehen kann, das war bereits der letzten Regierung bewusst. Doch tiefgreifende Reformen wurden immer wieder vertagt. Nun sind sowohl das Landwirtschafts- als auch das Umweltministerium in grüner Hand. Und entsprechend groß sind auch die Erwartungen, aber eben auch die Skepsis vieler Bauern. Wie ein Wandel aussehen könnte, darum geht es heute beim Agrarkongress. Wir leben in einem goldenen Zeitalter der Astronomie. So schwärmt der Wissenschaftsdirektor der Europäischen Weltraumorganisation ESA. In den letzten zehn Jahren gingen allein die Hälfte aller Physik-Nobelpreise an die Astronomie. Für fundamentale Entdeckungen. Und auch in diesem Jahr wird Europas Weg ins All wohl rasant. Erkundungsflüge zum Mond. Das James-Webb-Weltraumteleskop verspricht Spektakuläres und allen voran die Mission zum Mars. Und Robert Lewandowski trifft einfach am laufenden Band. In der Bundesliga vergeht kaum ein Spieltag, an dem der Bayern-Stürmer kein Tor erzielt. Auch international hat der Torjäger seine Qualität längst bewiesen. Zum zweiten Mal hintereinander ist der 33-jährige Pole nun zum Weltfußballer des Jahres gewählt worden. Die schlechten Nachrichten erreichten die deutschen Handballer nicht einmal 24 Stunden vor dem letzten EM-Gruppenspiel. Gleich fünf weitere Spieler wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Ob die fünf für heute gegen Polen eilig nachnominierten spielberechtigt sind, werden erst die vorgeschriebenen PCR-Tests nach Ankunft in der Slowakei zeigen. Und wir kommen noch zum Wetter. Die meiste Sonne, die gibt es im Süden und das gilt auch hierzulande. Hier sind unsere Wetteraussichten. In schwieriger Corona-Lage sieht Bundesgesundheitsminister Lauterbach das Land, weil die hoch ansteckende Omikron-Variante die Zahlen seit Tagen stark steigen lässt. Auch darum geht es, wenn sich Lauterbach heute mit seinen Länderkolleginnen und Kollegen zusammenschaltet. Nicht müde wird der Minister, fürs Impfen und Boostern zu werben. In die Kampagne können in diesen Tagen auch die Apotheken mit einsteigen. Eine Verordnung macht das seit vergangener Woche möglich. Das breitere Angebot für Impfungen ist aber nur eine Sache. Auf der anderen Seite wird ja auch derzeit über eine Impfpflicht diskutiert, mit unterschiedlichen Positionen quer durch alle Parteien. Ende des Monats ist dazu eine erste Orientierungsdebatte im Bundestag geplant. Das Thema hat unsere Wissenschaftsredakteurin Anja Martini schon einmal in einem Expertengespräch vertieft. Mit Volker Lipp, Jurist an der Georg-August-Universität in Göttingen und stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Ethikrates. Und zum Schluss noch eine Meldung vom Tennis. Anjali Kerber hat an ihrem 34. Geburtstag eine bittere Erstrundenniederlage kassiert. Bei den Australian Open verlor sie gegen die Estin Kaya Kanepi mit 4 zu 6 und 3 zu 6. Bereits im vergangenen Jahr war Kerber in Melbourne beim Auftakt gescheitert. Und Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Antrittsbesuch von Baerbock in Russland. Dort trifft die Außenministerin zur Stunde ihren russischen Amtskollegen Lavrov. Schwerpunkt der Gespräche ist eine Deeskalation in der Ukraine-Krise. Bei ihrem gestrigen Besuch in Kiew hatte sie eine friedliche Lösung gefordert und Waffenlieferungen an die Ukraine abgelehnt. Roberta Metzola ist neue Präsidentin des EU-Parlaments. Die Europaabgeordneten wählten die Christdemokratin aus Malta im ersten Wahlgang an ihre Spitze. Und an dieser Stelle unterbrechen wir, denn Sie sehen es, in Moskau tut sich etwas. Wir schalten jetzt zur Pressekonferenz von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und dem russischen Außenminister Lavrov.